Jetzt dribbeln wir wieder. Wir arbeiten uns von ganz unten nach ganz oben hoch. Das heißt, wir dribbeln erst mal 10 Sekunden, so tief es geht. Noch 3, 2, 1 und wir arbeiten uns jetzt zur Hüfte hoch. Das heißt, wir gehen wieder ein bisschen mit dem Knie und dribbeln halb hoch. Auch wieder 10 Sekunden. Wenn der Ball mal weg springt, ist das gar nicht schlimm. Und jetzt gehen wir hoch, machen wir hohe Dribbungs. Die Hand bleibt immer schon über den Ball und wir versuchen ungefähr auf Kopfhöhe zu dribbeln. Ja, der Ball springt immer weg beim Untergrund. Das ist aber gar kein Problem. Jetzt gehen wir auf links. Das heißt, wir gehen wieder runter und dribbeln tief mit links. Auf 3, 2, 1 und wir gehen wieder aufs Hüfte drinnen. Auch bei mir läuft es nicht perfekt, das ist gar kein Problem. Einfach schnell wiederholen und wieder einsteigen. Und hohe Dribbungs. Und hohe Dribbungs. Hüfte Kopfhöhe. Und immer schön die Hand über den Ball. 3, 2, 1 und wir gehen wieder aufs Hüfte drinnen. Viel Spaß dabei! Small HIM Und hohe Dribbungs § Daa Vale wie? Da�� Will B는데요